Hallo? Moin, Max, grüß dich. Moin, 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 Moin. Wissen wir, gibt's noch ne Einweisung, was wir ProMap machen sollen? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ich werd gleich so lost sein, Hilfe! Vor allem Miggi kriegt das ja auch gar nicht hin. Was? Ich werd dich anschreien die ganze Zeit, dass du so lost sein wirst. Jungs, 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 Jungs. Nichts drücken. Jungs. Automatischer Start in 20 Sekunden. Was? Wo? Warum ist da unten mein Name? Er labert so hart. Team 3, ne? Hallo? Wo muss ich hin? Team 3, Team 3, Team 3. Wie kann man Teams joinen? Wo steht's? Zurück zum Kreativzentrum? Nee, ihr müsst in die Map rein. In die Map rein. In die Map rein. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Und dann Start drücken und Teamauswahl, Jungs. Alle sagen raus, ich soll ins Zentrum. Teamauswahl, Team 3. Die verarschen mich echt, Alter, Motz, ich brauch Hilfe. Teammitglieder, ist das falsche Teammitglieder? Oh mein Gott. Ich bin im Zentrum, let's go. Hä, du musst in die Map reinkommen. Wo ist... Es funktioniert nicht, ich bin Teammitglieder. Oh mein Gott. Du bist der Einzige, der fehlt dir automatisch. Scheiße, welche Map denn? Welche Map denn? Welche Map denn? Sie hat automatisch gestartet. Du bist raus. Was zur Hölle? Du bist raus. Das ist mir zu schlecht die Einweisung. Du bist raus, du bist raus. Ey, also Max ist einfach raus. Ey, das gibt's nicht, das gibt es nicht. Kannst du einmal zählen. Niemand hat mir das erzählt. Ne, es hat mir keiner irgendwas gesagt. Ne, es hat mir keiner irgendwas gesagt. Ich fasse es nicht. Ey, wir müssen nur mal raus, ne? Ich bin im Zentrum. Bin ich? Ja, ich auch, ich auch. Und jetzt? Hier, komm mit, du musst hier zu uns bekommen. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Ich bin hier, ich bin neben dir. Bist du das? Ne, ich bin das hier, Fisch. Hallo, ja, ja, genau. Ja, wir müssen in die Map rein da eigentlich. Hier rein, hier rein. Creative Madness, hier rein? Ja, rein hier. Was muss ich drücken? Jungs, oh mein Gott. Einfach rein, okay. Jetzt kriegen wir Ärger, Digga. Jetzt gibt's hier Ärger. Jetzt gibt's Ärger wegen Micky. Ja, scheiße, Micky. Hat er nicht gesagt. 3 laufen. Please enter map now and select team. Okay. Magst du reingehen? Reingehen in die Map. Reingehen und jetzt? Und jetzt Start drücken. Escape, ja. Team Auswahl. Team 3. Und dann anwenden. Boom. Bam. Das ist doch nicht so schwer. Und jetzt aufs gelbe Feld laufen. Schnell, 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 schnell. Es geht, es geht, es geht. Einfach so, weil da unsere Deutschlandflag ist. Ach so. Was ist denn hier los? Jetzt geht's hier los. Boah. Scheiße. Bringt euch vor, blockt die anderen. Jetzt blockt die anderen. Kann ich bauen? Oh, die werden alle gesniped. Ey, Jungs, wartet ein bisschen hinten, glaube ich, oder? Hat man nur ein Leben, oder was? Wir sind einfach Erster. Die sind Erster, Jungs. Ich hab alle Münzen bisher gesammelt. Ja, ich hab so viele geholt. Die leben wieder. Was? Ich hab kein Crouchen gebindet. Was? Oh mein Gott, Max. Hör auf. Oh mein Gott, ich komm da nicht durch. Ich war immer der beste Spieler geworden. Let's go, let's go. Ich bin gerade ganz schön gut, glaube ich. Geht set an mich. Ich hab Angst. Wir müssen so viele wie möglich sammeln. Ich bin unten. Oh, fuck. Egal, Sammler unten noch mal richtig auf. Runtergefallen. Jungs, wir sind dritter. Let's go, let's go. Das ist scheiße, Bro. Wir sind nur vier Teams. Ich bin auch, wir sind dritter. Ach so, On. Oh, wie ärgerlich. Nein, ich zeig schon wieder runter, so lost. Ich wurde blockiert, Mann. Ich sag, ey, wenn ihr grün weiterkommt, das ist zu wild. Ey, wir brauchen unbedingt diesen Win. Was, du grün weiter? Nein, nein, wenn ihr grün seid, müsst ihr aber drauf achten. Das ist schwierig. Das ist schon ein bisschen Dash Run Style, ja? Muss man da Curve Jumps machen, die hab ich drauf. Curve Jumps. Oh, Max. Ey, aber an Sniper seid ihr halt krass so. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich bin gelb weiter. Ja, ist durch, Bro. Ist durch. Eine Sekunde. Eine Sekunde? Das kann nicht sein. Ich war wieder bei grün. Pro Kill gibt es Punkte, oder was? Oh, was? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hab gespielt wie Scheiße, aber ich hab trotzdem die meisten Coins aus dem Team. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass du die mehr Coins hast früher. Ja, ich hab mich jetzt nicht auf die Coins auf den Sniper. Ich bin nur runtergefallen. Okay, fokus jetzt, Sniper. Okay, wir sind Sniper. Die laufen schon, oder? Die laufen schon. Die laufen schon. Repetieren die schneller. Wie lange das lädt. Wie lange das lädt. Wir müssen immer auf die vorne, Jungs, ne? Ja, ja. Immer auf die Polen, ganz wichtig. Ich hab bisher immer daneben geschossen. Ich auch. Hab einen. Nice. 2 hab ich geholt. Gelb, alle Mann. Alle Mann, alle Mann. Alle Mann, Gelb. Was ist er denn für einer? Gelb. Ich hab ihn. Ich hab ihn. 2 Leute gelb, 2 Leute gelb. Hab einen. Jungs. Amalia auch mal treffen. Gelb, rechts, rechts, rechts. Gelb, rechts. Nein, er ist oben. Er ist oben. Grün aufhalten. Grün aufhalten. Hab ihn oben. Oh, stark. Hab einen. Hab ihn. Mach mal einen ruhigen. Hab grün oben. Chillig. Hab noch einen bei Gelb, ganz entspannt. Ey, Jungs, wollen wir das so machen, dass ihr auch ein paar Kills macht? Ja, bei diesem gelben Ding, ne? Da springen die ja ehren. Oh, schade. Grün. Nein, er ist durch. Grün. Er ist durch. Oh mein Gott. Endlich, Micky. Micky. Hab einen oben. Bulle, 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 Bulle. Oh, 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 oh. Schnell, nachladen. Alter, Micky. Noch einer, noch einer, noch einer. Oh mein Gott. Nice. Boom. Hab einen. Nein. Hinter dir, Stani, hinter dir. Nein, Stani. Ja, lol. Ne, wurde gestealt, wurde gestealt. Nein, er wurde auch gestealt. Nein, noch einer wurde gestealt. Ich komm mit der Deagle nicht gleich, ich kann es nicht. Nice. Ja, die wäre wichtig. Ich hab eine Pack. Richtig. Pack, ja. Hab ihn. Sein P. Ich dachte, wir waren voll krass. Ich hab so Shotgun, Revolver, alles. Pullen ist viel zu krass. Nächstes Mal Team Deutschland, keine Ahnung. Letchy, Aqua. Letchy, ja. Ja, Aqua vor allen Dingen, ne? Die Tricks. Ich dachte, es ist der reicher. Reason A, ja. Okay. Nice. Ja, jetzt wieder Shotgun, wie kacke. Ich komm mit dir, ich komm mit dir. Stani, ich bin direkt hinter dir. Nice, Stani. Wir müssen spawn-trappen, Stani. Wir müssen spawn-trappen. Wir müssen spawn-trappen. Wir müssen spawn-trappen. Holy shit, er drisst zu hart wie einen Headshot rein. Bam! Sehr nice. Nein, hinter mir. Da ist einer vor dir, Max. Hab einen. Nice, Max. Was? Oh Mann, die Waffe wurde gerade gewechselt. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Nein, die Polen sind weiter. Gibt das nicht. Ich hab einen weiter gemacht. Ich kotze. Sauber. Revolver, der Alter. Hä? Wie schnell sind die denn? Welcher Platz wurden wir? Ich bin wieder dritter. Dritter, dritter. Oh, dritter. Ja gut, aber chill ich dritter. Mit zehn Abstand. Ja, ist gut. Okay. Weiß schon, wie denn ich fangen die anderen so viel Punkte an. Die wissen einfach immer alles, worum es da direkt geht. Holy shit. Das ist überall low. Anfang gibt's drei Runden, Leute. Das ist so wack. Das ist echt wack. Geht's ja nur ums Laufen. Leute, warum krieg ich denn manchmal Minus, Digga? Guck mal, seht ihr? Ich krieg auch Minuspunkte. Wie geht das? Warum krieg ich Minuspunkte? Ich hab keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. So, wir brauchen eine komplett neue Taktik. Team Gelb. Ist so. Hä? Aber guck mal, wir haben eigentlich stabil Punkte eingenommen. Aber die haben ja wirklich, äh... Ja, ich weiß. Ich seh da gar nicht durch. Das war halt einfach Team Gelb. So. Wir müssen jetzt ganz doll drauf achten, dass Spanien nicht nochmal vor uns ist. Spanien ist welche Farbe? Äh, grün. Grün. Wir müssen regelmäßig versuchen, die grünen... Wir nehmen so viel Felder ein wie es geht und immer mal wieder grün töten. Dann können wir das noch gewinnen in den drei Runden, okay? Ey, Jungs. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen einfach immer jemanden hinterherlaufen. Von den anderen Teams. Ja, genau. Grün hinterherlaufen und grün dabei töten. Alles eigentlich. Alter, what the fuck. Ich hab Grünleid drin. Ich hab Grünleid drin. Ah, wieder Team Gelb. Oh, Wumbo. Lol. Okay. Also, welche Farbe ist jetzt Spanien? Blau. Blau, okay. Blau hinterherlaufen und Blau töten. Sauber. Oh, es ist nicht höher. Jumpen. Blau nochmal gekillt. Noch ein blauer Kill. Ich glaub einfach rot hinterher gerade. Ich muss blau hinterherlaufen, ne? Ja, Blau töten. Nein, ist noch ein blauer. Ey. Weil guck mal, ich krieg auch manchmal Minuspunkte, Leute. Schön blau klein halten. Ich glaub, man kriegt doch Minuspunkte, ne? Wenn man was passiert? Aber wo soll ich? Ich hab's noch nicht rausgefunden. Aber ich guck mal auf die Punkte. Entweder ist das Buggy. Ah, der wird zerstört. Der wird zerstört. Der wird zerstört. Team Blau, ne? Ja, ja. Immer nur rumlaufen. Wir müssen blau. Bisschen was Blaues seht und den müssen wir töten. Ich hab dann einen blauen. Alter, ich hab schon irgendwie acht Blaue getötet. Ganz kranker Auftragskiller. Ja, das ist echt ein Spielspielstudierter, Digga. Das ist mir zu hoch auch, sicherlich. Da musst du erstmal halbe Stunde das Spiel analysieren, bevor irgendwas abgeht. Naja. Ich check's, Leute. Vor allem in der ersten Runde und die zweite Runde sind ja völlig unterschieden. Ich versteh's nicht. Ich hab keine Ahnung. Also wirklich gar keine Ahnung. Get shit on! Ah, so wichtig. So wichtig. So wichtig. 50 Punkte. Oh, alles gerade. 50 Punkte. Wir müssen nur rumlaufen. Nur rumlaufen bitte. 100 Punkte. 35. Die kommen noch. Wir sind schon wieder vier. Da. Wir sind schon wieder vier. Ich check das Game einfach nicht, Leute. Einfach wirklich. Keine Ahnung. Schlechtes Spiel ist auch nicht. Also das schlechteste Spiel wirklich. Ganz toll. Ganz toll. Du hast verloren. Ja, das muss ganz dick und fetter stehen. Ja, vierter. Hast du, Miki, hast du jetzt viele gekillt auch? Ich hab gekillt. Ich hab gekillt. Ich bin... Ich sag dir auch. Ich glaub das Killen, das hat's gebracht. Ich sag dir ehrlich, das Killen hat irgendwie richtig viele Punkte, glaub ich, gebracht. Ich war insane. Ich hab Blau so nass gemacht. Ich glaub nur zwei oder drei Spieler. Es ging ja dann gar nicht darum, jetzt hier erster zu werden. Die haben 7.000 Punkte. Darum ging's gar nicht. Wäre jetzt nur... Spanier hätten wir öfter töten können. Die müssen halt so machen, dass Killen halt auch Punkte bringen. Weil sonst ist es halt echt useless. Sonst ist es einfach nur Lauf-Simulator. Ja. Ja, genau. Dass 60.000 Leute nicht verstanden haben, wie das Game funktioniert, spricht doch für sich. Was ein wackes Game. Wir wissen auch im Nachhinein immer noch nicht, was da eigentlich abging. Ich hatte 42 Kills und bin dauerhaft auf zwei Balken gelaufen und hab Blau auseinandergenommen. Ja, jetzt nochmal... Jetzt nochmal... Erster würde schon extrem schmecken. Hier, jetzt ist ein Baller hier, da geh ich jetzt rein. Was ist das? Ich bin so langsam. Ich bin drin, was jetzt? Das müssen wir da gleich durch und in unser eigenes Tor schießen. In Gelb, in Gelb. Digga, Scherz-Strobel könnte das so gut... Ja, Scherz-Strobel bräuchten wir hier. Oh Gott, habt ihr gesehen? Ich hab den schon fast reingeboostet. Stark, stark. Oh, es leckt unnormal bei mir, Alter. Ich sag dir ehrlich. Ich kriege ihn nicht aufgehalten. Nicht! Den hole ich, den hole ich, Leute. Oh mein Gott, hast du... Oh mein Gott, guck mal, wie ich die rüber gespielt hab, Leute. Das ist unser Game, auf jeden Fall. Digga, Deutschland ist eh Fußball-Wettmeister. Let's go! So, Alter, wie gut! Was? Die ziehen ihn zurück. Let's go! Ich war das nicht, aber... Ich war's. Jungs, komm, zwei in die Mitte, immer. Zwei in die Mitte, immer. Ja, ja, ja. Ja, es ist immer wichtig, in der Mitte die Bälle direkt abzufangen. Oh mein Gott, war das ein starker Hechtsprung, Leute. Geh jetzt rein, mach den rein, mach den rein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, der geht nicht rein. Wo ist der Sturm, der nicht raus? Einer muss immer in der Mitte bleiben. Scheiße. Komm schon, komm schon. Alter, was? Was? Mann, was macht ihr denn? Der muss den Ball aus unserem Tor rausgenommen. Nein, nein, hier ist noch ein kleiner. Ich schulde den, klein. Oh, scheiß. Oh, blau ist pisst. Digga. Blau ist pisst. Ich bleib in der Mitte, Jungs, ne? Ich hab nen Ball direkt in der Mitte. Blau ist so pisst. Oh mein Gott. Oh, was? Das ist ein Tor. Wir müssen reinhauen, wir müssen reinhauen. Spanien hat einen. Ich werde jetzt bei Spanien verteidigen. Ihr macht jetzt Tore, ich mach Spanien nass. Okay? Verteidigen ist viel einfacher als reinschießen. Oh mein Gott, okay. Zweite Runde machen wir das, zweite Runde machen wir das. Es ist halt krass. Da, guck mal, das hat jetzt funktioniert. Easy. Da funktionieren wir die. Jetzt hat's funktioniert. Und gleich werde ich ihn wieder ansammeln. Und es wird for real gar nichts passieren mit dem Ball. Wie geht das? Wie zur Hölle geht das? Keine Ahnung. Sauber. Ach, Mann. Lass es einfach vorbeigehen. Lass es einfach vorbeigehen. Oha. Wer hat den gerade reingehauen. Stark. Das war Micky. Also, Micky hat das Spiel aber studiert. Ich sag dir ehrlich. Micky, wie kannst du den Ball so viel Schwung geben? Wieso gehe ich wieder durch den Ball durch? Warum auch immer der so geboostet ist, obwohl ich ihn nicht berührt habe. Digga, unmöglich. Ja, danke. GGs. Bitte nie wieder. Zwei Dinger haben wir gemacht. Stark. Da will ich auch mal applaudieren für mich selber. 2-6-9? Wer ist 2-6-9? Das ist 2-6-9. 2-6-9 muss ich sein. Oh, Gott. Guck dir mal die an. Einer hat 32 gemacht. Solo. Ey, bei manchen Leuten waren die Physik mit dem Booster einfach an. Bei manchen waren sie aus. Ich bin so sauer. Du musst dir unbedingt mal VOD reinziehen. Ich kann... Micky, ich konnte keinen Ball schießen. Ich werde mich so reinziehen. Krank. Es kommt so ein Ball auf mich zugefuhren. Ich denke so, alter, mega geil. Perfekter Winkel. Ich springe hoch, booste, knall übel gegen den Ball. Es passiert gar nichts. Ganz wichtig. Ganz einfach. Mit Scherz-Strumel hätte ich dir gefunden, Digga. Scherz-Strumel hätte 70 Tore geschossen mit dem Baller. Und nebenbei hätte er noch Leute auf... Jetzt wird er beleidigt. Elfjährige oder so. Ja, genau. Ey, ich würde ohne Witz... Jetzt hier an der Stelle... Scherz-Strumel 10 Sub-Gifts für dich, wenn du dieses Game mal mit deiner Community zockst. Ich möchte ihn einfach nur im Baller sehen. Ach, herrlich. Geil. Jungs, ich wäre jetzt erstmal raus. Mhm. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Abend oder auch einen wundervollen Stream. Danke. Gleichfalls. Gleichfalls. Ich bin raus. War sehr nice. Tschüss. Haut rein.